Einen schönen guten Abend nochmal aus dem Newsroom mit einem kurzen Kompakt-Nachrichten-Überblick. Man darf gespannt sein, welcher Teil des Parteinamens als erster gestrichen wird. Ätzen bereits politische Kommentatoren entweder das Team oder der Stronach. Jedenfalls scheint vom Team Stronach nicht mehr viel übrig zu sein, seit Kathrin Nachbauer den Liebesentzug von Frank Stronach derart quittierte, dass sie kurzerhand aus der Partei ausgetreten ist. Dass sie aber trotzdem Klubchefin im Parlament bleiben will, das nehmen ihr viele beim Team Stronach übel. Heute nimmt sie dazu erstmals Stellung. Frank Stronach will ja schon seit längerem einen starken Mann in der Partei. Und wir haben auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Ich möchte diesem natürlich Platz machen. Kommende Woche soll es ein klärendes Gespräch mit seinen anderen Abgeordneten geben, diese Selbstzerstörung wieder gut zu machen, wird aber eher schwierig.